Hallo, ich bin Ichilobu... Halt die Klappe, man, Alter. Wer ist der? Drei, zwei... Warte kurz. Drei, zwei, eins... Nein, warte. Warte kurz. Mach F5. Das wär... Hab ich doch! Hallo, ich bin Ichilobu. Ich bin RalfaD. Und du bist so hässlich, da könnte man ein Out flippen, ey. Ich gehe erstmal... Oh fuck, jetzt habe ich mir ein Ticket gekauft, das wollte ich nie. Also ich werde jetzt erstmal hier einfach reinballern hier. Ja, äh, Friends machen. Gönn, Bruder, gönn. Ja, Mann. Vielleicht kannst du nächstes Mal die Anmoderation so machen. Hallo, ich bin hier Lobo, ich bin Raffideon. Weißt du, die Leute gucken uns, dann sehen die, oder besser gesagt, dann hören die, was du sagst, beziehungsweise was ich sage. Allein schon, wenn sie deine Stimme hören, dann schalten sie es schon wieder ab. Aber wenn ich dann noch diese hässliche Anmodation mache, dann mache ich dann noch diese hässliche Anmodation. Hallo, dann haben wir mindestens 90% von den Menschen und Tieren, die uns gucken, verloren. Die Tiere, die uns gucken, ach so. Naja, wenn du dir Hunde anguckst, die sollen ja auch schon einen ziemlich hohen IQ haben. So geht's jetzt mal los hier. Was gibt's denn? Krokodil, Eimer, Iglu. Was sind das für dumme Themen, Alter? So ein Iglu. Warte, ich, äh, wo haben wir ein Eis? Nein, warte, nicht Eis, Schnee. So, warte kurz. Wir müssen uns hier erstmal einen Kreis, einen Circle überlegen. Ich lobe, ich bin begeistert. Ist sogar echt rund. Du musst jetzt damit sagen, dass ich fett bin. Alles klar. Okay, das wird jetzt schon, das geht jetzt zu weit, Sebastian. Das geht jetzt auch schon wieder in die falsche Richtung. Ja. Du kannst doch einfach mal die Klappe halten. Dazu in einem anderen Video. Ich, ich parschuppe jetzt. So. Nächstes Video, ich parschuppe jetzt. Alle elf Minuten verliebt sich Allah über Pache. Ich denke schon. Jetzt müssen wir eins reingehen hier in den anderen. Ich entschuldige mich schon mal dafür, dass man meine Computermaus ganz schön dolle hört. Echt? Na, weiß ich nicht. Hört man die? Deine Mutter hört man auf jeden Fall. Was? Eyyy. Damit werden wir locker den ersten Platz holen, ne? Echt? Ist dir das klar? Naja, wenn die, wenn das, äh, ja. Ich schätze leider nicht so, warte mal, nicht so rund geworden, wie ich es dachte. Kann in dem Iglo Feuer sein, ja, oder? Mach Hände, wir haben noch drei Minuten. Leert. Und ein. Also hier drin ist auch schon mal nicht schlecht. Das wäre jetzt blöd, wenn es schmelzen würde. Oh ja. Aber ich glaube, das passiert beim Master will das nicht. Der Eingang ist vielleicht ein bisschen zu groß. Der Eingang ist vielleicht ein bisschen zu groß. Guck mal, das gibt es hier eine schöne Feuerstelle. Guck mal mal. Warte kurz, ich habe eine gute Idee, wie wir das hier noch bis... Vielen Dank. Sieht's gut aus. Ja. Von draußen. Wollen wir einen Schornstein hier rein machen? Nein. Ja, ich mache auch sowas. So, hier gucken wir, hier haben wir ein paar... Oh, das ist doch... Verdächtig gut ist das, würde ich sagen. Verdächtig gut ist das. Partikel wählen. Ich nehme Schneesturmpartikel. Kann man eigentlich das Biom hier ändern? Wille denn Eislandschaft? Ah, nein, mach das weg! Wie kann ich das wegmachen? Weiß ich nicht. Hey, komm, das ist Schnee, Alter! Partikel-Entferner, nehmt ihr den mal, bitte. Schnell, Alter, das sieht so kacke aus. Ich glaube, ich habe es verkackt. Egal, scheiß drauf. Ich tue ja noch ein bisschen so Schnee drauf machen auf das ganze Iglu. Das gibt dir einfach dann den Kick. Hm, das schaffe ich jetzt nur noch. Das ist natürlich... Kann man da reingehen? Oh ja. Oh, ist okay. Wurde ich schon fast sagen, gut. Ja, ich würde auch sagen, gut. Schon geil, weil Legendär gibt, bekommt 10 PSC. Das ist kacke irgendwie, der Eingang ist. Kann man nicht reingehen. Ja, der Eingang ist blöd. Das ist jetzt unseres. Oh, hier läuft einer mit der Legendär-Tüse rum. Ich würde schon sagen, Legendär. Ja. Wow. Was ist das für ein Iglu, Alter? Ah. Ah, ja. Ja, okay. Ich würde sagen, ganz okay, ja. Sind die Elfer in der Angel? Oh ja, Wasser, Wasser. Ach nee, das ist heiß. Das ist einfach das Extrem-Scheiße, ist das. Ja. Oh, der hat die Tür hinzugemacht. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ah, ist aber nicht so ganz rund und drinnen ist nicht unbedingt so viel. Was ist das? Ja, ich weiß nicht. Ist das ein Eskimo, der sich rausquetscht? Ja, ganz viele Mini-Iglues. Stimmt, man hätte auch so ein Dorf machen können. Weil man dafür Zeit hat. Ich glaube, das auch nicht gedauert hat. Oh ja. Da hätte ich ja wenigstens Pac-Eis genommen, ganz ehrlich. Das ist einfach bloß Scheiße. Wir sind Vierer? Was habe ich gesagt, unter welchen Topf? Top 3. Egal, Vierer. Nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, Mann. Ich würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde. Zwischendurch mal wieder was eingefügt habe von dem, was wir Mist gelabert haben. Nein, ich denke, das wird nicht sein. Doch. So, dann brauche ich noch Lama. So, perfekt. Dann change mal erst mal den Ground. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Warte mal. Erstmal Clean Stone. Gucken wir mal, wir machen so eine Felswand und da bauen wir die Höhle rein. Wir müssen sie groß machen. Damit werden wir safe erst dann mit der Idee. So, ich fülle das jetzt erstmal hier alles. Oh, fuck. Mit Lava aus. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen zu groß angefangen. Da ist Qualität dahinter. Das ist einfach die absolute Qualität. Wir sind nicht vegan, nicht umsonst zum Gomme-Bau-Team. Joke, Leute, Joke. Ach, du Scheiße. Bauen wir mal die Höhle hier ein bisschen mit zu. Okay, ich habe es nicht geschafft. Scheiße. Unsere ist definitiv besser. Ja. Kriegt aber ein Okay. Ja, ist nicht schlecht, aber unsere ist besser. Ihr könnt ja mal sagen, welchen Platz wir verdient hätten. Das ist auch nicht. Das klingt gut. Das ist nicht schlecht. Obwohl, gut, okay. Was? Na, okay. Der Eingang ist vielleicht ein bisschen verkackt, aber sonst. Das Ambiente und so, richtig krass. Kriegt gut. Eigentlich fast schon super. Wo ist die Höhle? Ja. Gut. Ist nicht schlecht, obwohl, ja, ist schon geil eigentlich. Das ist einfach bloß Scheiße. Ja. Das ist einfach bloß Scheiße. Ja. Oh, ne. Gähnt der hier einfach mitten in der Aufnahme? Wer, ich? Ja. Ich habe nicht gegähnt. Ich habe gestöhnt. Das macht's nicht besser. Nee. Sag mir, ich habe gegähnt. Ja. Oh, das ist unsers. Die gäben alle schlecht hier. Die bewerten alle gar nicht richtig. Ist halt nicht fertig. Was will man machen? Trotzdem. Schlecht ist das nie. Nee, das stimmt. Wieso schreiben die zur Party? Äh. Ja. Zur Party? Zur Party? Zur Party? Oh, Leute. Kein GTA heute. Wird gepumpt. Wollte das irgendjemand? Der hat's alleine gebaut. Das ist einfach bloß krass. Gibt's hier einen Eingang? Ja. Einfach bloß krank. Das ist einfach bloß krank. Schlag auf die Kiste. Warte, ich klick bot. Nee, wir werden nicht Letzter. Ich bin kreativ. Kriegt auf jeden Fall einen Legendär von mir. Ich gebe auch einen Legendär. Äh, was? Ey, wir sind Vierter. Geht voll wieder. Ich bin der Vierter. Warte mal, das ist der erste Platz? Immer der, der anfängt, hat doch den ersten Platz. Das ist komisch. Wie kann denn der der erste Platz sein? Ich verstehe es nicht. Also Leute, äh, sagt mal bitte, wo ihr unser Bauwerk gesehen habt. Ihr seid auf Platz 1 oder so vielleicht. Also Leute, wenn dieses Video online geht, sind wir gerade live auf Twitch. Schaut vorbei. Äh, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben oder einem Like. Beides wäre natürlich schön. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann vergesst auf jeden Fall nicht die Glocke zu aktivieren und, äh, die Benachrichtigung einzuschalten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüss. Tschüss. Okay, sorry. Tschüss. Tschüss.